So, ja, ich würde fast schon sagen, wir machen hier nochmal eins zu. Genau, und dann machen wir nämlich hier weg. Dann brauchen wir jetzt nämlich auch die Treppen. Das mache ich dann nämlich so. So, genau, und dann so, und so, und so, perfekt. So, dann wieder Holz hier. Und Teppichboden natürlich. Hä? So rum. Ne, halt. Geil. Oh, Mann. Soll ich jetzt Säune drum machen? Ähm, ja. Mach mal Säune drum. Und dann mache ich nämlich, glaube ich, noch so ein Dach. So, schon ein wunderschönes Dach, so. Und dann natürlich ringsherum nochmal so Treppenstufen. Oh. Nein. Au. Boah. Scheiße. Nein. Nein. Der F, ich glaube, da ist er runtergeflogen, oder? Ja, genau. Ich pack da aber auch gerade ein bisschen rum. So, jetzt muss ich nur halt außen noch wieder rein. Genau. So, und dann. Brauche ich noch mehr Säune, von denen ich höchstwahrscheinlich keine mehr hier drin habe. Nope. Hm, 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 hm. Tja, muss ich wohl welche machen. Welche Craften. Zack. So, genau. So. Dann machen wir nämlich Schau und Schau und Schau und dann noch Fackensen hin. So. Und so und so und. Ja, so, 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 so. Ja, genau. Stoppa. Ja, jetzt gucken wir nochmal, äh, hier ist noch rot. Setze ich jetzt mal provisorisch eine Fackel in die Mitte. Okay, eins rüber. Dann sind da überall wieder rote Stellen. Okay, die Stellen hier, die muss ich alle noch wegkriegen. Muss ich gucken, dass ich irgendwie andere Fackeln noch mache. Oder genau, Kronleuchter. Hm, 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 hm. Brauchen Doppelkronenleuchter. Dafür bräuchte ich jetzt Glow, hab ich überhaupt Glowstone? War ich schon mal in der Hölle? Ich war, glaub ich, noch gar nicht, ich war noch nicht mal in der Hölle. Stimmt, wo soll ich auch Glowstone her haben? Hm. Ah, Tee, ich liebe Tee. Moment, ich muss erst mal bei meinem Ventilator die Rotation ausstellen, weil sonst verrecke ich hier, wenn er nur ganz kurz immer kühl macht. Boah. So, ähm, boah, da haben wir ja hier schon unseren Balkon. Ähm, ja komm, wir machen hier auch direkt mal so hin. Ne, das ist ein bisschen zu fett. Höhö, fett. Ich bin nur schon wieder am überlegen, ob ich den Teppich vielleicht doch weiter reinziehen soll. Aber dann ist der teure, wertvolle Boden ja auch wieder voll für den Arsch. Ne, weiß was, ich lass das jetzt einfach so. Nur bis hierhin. Kann ich ja eigentlich Blöcke drauf? Ne, guck. Das ist eben halt auch mal... Ah, ne, halt, Moment, stimmt ja. Wenn man da einen Block draufstellt, dann kann man den ja eh gerade wegmachen. Wenn man mal so rum überlegt. Das hier sind natürlich... Oh, fucking, passen da ja auch gar nicht drauf, stimmt. So, meine Herren. Kann man hier auch wieder wegmachen, das vergesse ich voll oft. So, Frage ist nur, was ich hier oben überhaupt hinbaue. Hm, noch mehr Verwinkelungen? Au. Mal. Jetzt will ich noch kurz gucken, ob da unten wer läuft. Das sah nämlich gerade nur so aus, ey. Hm, oder sollen wir noch mal eine kleine Erkundungstour machen und ein paar Pferde suchen? Das wäre doch auch mal noch eine Idee. Jetzt muss ich nur den ganzen Unnötigungs hier in die Kiste tun. Femmholz, bla, 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 bla. Vorher jetzt sagt, behalten wir mal... Kiste kommt mal mit, das kommt weg, das, das, das kommt weg. Leine, zack, 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 zack. Das brauchen wir noch zum Fische fangen, wenn wir Hunger haben. Und ansonsten kommt das mal alles hier hoch, so. Ja, machen wir mal eine Erkundungstour. So, eine kleine. Halt, ein Boot können die nur mitnehmen. Beziehungsweise machen. Ein Boot. Ich hab mein Boot. Da, 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 da. Mein Handy klingelt schon wieder. Also mal, kurz, bis gleich. So, meine Herren, da sind wir wieder. Erkundungstour. Yippie, ja, yay. Auf geht's. Moment, da fällt mir grad ein. Boot kann man ja gar nicht mehr abbauen. Das ist irgendwie extrem schwul. Ba, 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 da, 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 da. Au, halt, Moment, da fällt mir grad ein. Kommando, zurück. Och, Herrgott, zack, nochmal. Verfickte Scheiße. Wieso geht mein verhurtes Drecksboot immer kaputt? Ätzend. Zum Kotzen. Kann man denn, kann man nicht mehr bremsen mit dem Drecksboot oder was? Ist ja, ist ja zum Kotzen, ey. Toll, jetzt komm ich da nicht rein oder was? Das ist mir doch scheißegal. Da könnte man einen Gatter hinmachen, dass man da raus kann. Stimmt. Mal jetzt. Ma, pisse mich aber auch an mit dem Drecksboot immer. Und fürs Gatter nochmal zwei. Halten wir mein Boot. Ähm, so. Weswegen ich eigentlich zurückgegangen bin, ist... ...wegen dem Wegpunkt. Home. Nein. Oh, das muss ich... Stimmt, da muss ich jetzt erstmal hier die, äh... ...die ganzen Dinge hier deaktivieren. So, damit ich mein Haus dann auch wieder finde. Sonst wäre er voll doof. ... Ach guck mal, ich habe ja eh so wenig Klingstör. Also können wir direkt nochmal ein bisschen abbauen. Kann ich wohl da eine Falcon denn bauen. Guck mal, Kohle Und wie viel Kohle leckt mich am Arsch Noch mehr Kohle Wenn ich dann im echten Leben mal so viel Kohle finden würde Auf der Straße, das wäre fett Stell dir mal vor, du gehst nicht arbeiten Deine Arbeit ist einfach den ganzen Tag in der Stadt rumzulaufen Und nach Kohle auf der Straße zu suchen Und du wirst auch noch ein Millionär dabei Das wäre ja so geil Ist aber Wunschdenken Guck mal, da kommen wir doch schon zu unserem Haus Sieht ja bis jetzt schon ganz schön scheiße aus Na, mal gucken Wie sich das noch entwickelt Ui, oh Zack, zack, zack Ja Okay, doch, man kann wohl mit dem Boot bremsen, oder? Ich probiere es erst mal auslaufen zu lassen Wie lange das dauert Na, keine Ahnung Okay, da müssen wir wohl außen rum Na, gucken wir einfach mal Ob wir hier irgendwo ein anständiges Biom finden Äh, in Wie hieß das? Ebene, genau hier Genau hier Spawnpferde In diesem Gebiet Dings Bums da hier Halt Nein, 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 nein Boah Müssen wir echt vorsichtig sein Boah 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 Alter Zack Also Nehmen wir einen Wegpunkt mit Boot Oh, guck mal Höhle Mit noch mehr Kohle Wow Boah Boah, die kranken Geräusche von denen Kriegt man ja Angst Oh, stimmt, guck mal Level, guck mal Oh, hier wieder Super Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht Wir haben ja alles schon lange nicht mehr gemacht Weil ich Weil ich schon ewig nicht mehr gezockt habe Zack Biatch Hey, sag mal Wie viele Zombies laufen hier rum Als gäbe es nur Zombies In echtes Ja, ich dachte mir doch Einmal Blinger doch gefehlt Ding 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 Oh yeah Ja, guck mal Ach, da waren zwei Zombies Guck mal, da ist immer einer Hallo Au revoir Au revoir Stimmt, nachts sind die Spinnen auch aggro Irgendwie kommt es mir so vor Als ob früher das Enchanten billiger war Auf alten Versionen Ich glaube, da ist kaputt gehen lassen Und neue Chanten Doch billiger Zumindest wenn da die Preise noch gleich geblieben sind Sascha ist da tot Ja, oh Wow Jetzt bin ich ja hier voll in ein Spinnenminenfeld gelaufen Hätt mich am Arsch Auf einmal bloß noch Spinnen Als gäbe es keine anderen Mobs Davon jetzt nur Zombies Nur Und Skelette Boah Alter Hier kann es ja richtig leveln Aua Bam Oh echt Ich hab drüber geschossen Stirb Stirb Oh krass Heftig Wie das am ruckeln ist Lädt mich am Arsch Guck mal Wieder ein Creeper Lange nicht gesehen Die sind aber relativ schnell down Die Mobs Hab ich so das Gefühl Nein Boah Der hat mich jetzt erschreckt Der war richtig Und wie Blümchen Blümchen Hier